Musik Herzlich Willkommen zum letzten Bericht aus Aford. Interview-Geschichte vor der Sommerpause. Neben mir Thomas Kemmerich, Chef der Gruppe der FDP im Thüringer Landtag. Drei Tage sind fast wieder rum. Was war aus Ihrer Sicht das Wichtigste? Ich glaube, wir stehen immer noch unter dem Eindruck der Wahl in Sonneberg, der Umfrage Anfang der Woche. Und insofern sehe ich zwei Megathemen, die die Leute bewegt. Auch wenn wir nicht unbedingt alles hier im Thüringer Landtag davon erledigen können, sprich die Kompetenz haben. Aber es geht um die Energiewende und es geht um die Frage der Migration, des Umgangs mit der Migration, wo viele Menschen eine Überforderung spüren, sowohl bei der Energiewende. Das hat Auswirkungen auf die Energiepreise, damit auf die Inflation. Und auf der anderen Seite merkt man die Überforderung in den Kommunen, Gemeinden, in der Diskussion Finanzierung, aber natürlich auch die tatsächlichen Fragen Wohnraum, Raum für Kindergarten, Raum für Schulen. All das sind ja Thematiken, die die Leute wirklich in jedem Gespräch, merkt man das, sehr interessieren und bis aufbringen. Sonneberg haben Sie angesprochen. Die AfD läuft auf einer Erfolgswelle, 34 Prozent in der letzten Umfrage. Die FDP wurde morgen gewählt und die Umfrage wäre realistisch. Draußen? Schwierig? Die Umfrage gab ja noch ein anderes Ergebnis. Sie lachen schon. Es wurde ja die Bekanntheit und Beliebtheit von Politikern abgefragt. Und der bekannteste und beliebteste Oppositionspolitiker aus der Mitte steht vorhin, Thomas Kemmerich. 69 Prozent sagen, wäre ich bekannt. Und 21 Prozent sagen, ich mache politisch einen guten oder sehr guten Job. Und ich glaube, das ist das, worum es nächstes Jahr geht. Dass wir mit klar erkennbaren Konzepten für die Freien Demokraten, für den Freistaat Thüringen, um die Gunst der Wähler werben. Und da glaube ich, mit dieser Bekanntheit auch gehört zu werden. Das ist nicht selbstverständlich. Es wird für alle Beteiligten schwer, die Leute zu motivieren, an der richtigen Stelle von meiner Seite aus das Kreuz zu machen. Aber sie sehen mich sehr optimistisch. Und ich sage immer, die Hälfte dieses Beliebtheitsergebnis, wenn ich es mal so sagen darf, die würde ich mir auch und uns auch zutrauen, also acht bis zehn Prozent. Heißt das mit anderen Worten, dass man den AfD-Höhlenflug auch ein bisschen zurückhaltend kommentieren sollte? Und es ist ja nun deutschlandweit im Augenblick hoch, runter, hoch, runter. Nicht runtergeschrieben, sondern hochgeschrieben. Ich sage es mal so, ein sehr großes Thema. Also man sollte ihm einfach die Bedeutung zugeben, die er tatsächlich hat. Und zwar ist eine freie Wahlentscheidung von vielen Menschen, die das in Sonneberg so gemacht haben. Das war eine Umfrage. Auch das ist eine freie Entscheidung am Telefon oder wie man gefragt wird, diese Wahl so zu treffen. Und das ist deren guten Recht. Und ich sage immer, sie können so wählen, aber ich muss das nicht gut finden. Und das sage ich auch ausdrücklich. Ich finde es nicht gut, dass die Stimmung so ist. Das ist nun mal die Momentaufnahme. Aber es liegt ja an uns. Wir haben 16 Monate bis zur Wahl, wahrscheinlich am 1. September 2024. Und bis dahin können wir viel Überzeugungsarbeit leisten. Und es geht darum zu sagen, ich habe eine Idee, wir als Freie Demokraten haben eine Idee für die Thematik, die ich eben angesprochen habe. Energie, Asyl, Konstellation zwischen Land und Kommune, besseres Bildungssystem, wie kriegen wir die Wirtschaft freier, wie kriegen wir die Wirtschaft mit mehr und besseren Fachkräften ausgerüstet. All das liegt ja vor uns. Und ich werde da nicht aufgeben, zu werben, zu kämpfen. Ich habe an anderer Stelle gesagt, Thüringen ist nicht verloren, auch wenn der eine oder andere Kommentator aus der Hauptstadtpresse mal den Eindruck erweckt. Wir leben hier, Sie erleben es auch, ich erlebe es auch. Die Leute sind überwiegend gut drauf, positiv gestimmt. Über manche sind es halt verstimmt. Und das ist das Ergebnis, was herauskommt. Apropos gestimmt und verstimmt, wie fällt denn Ihre Halbjahresbilanz aus? Die ersten sechs Monate im Jahr 2023 sind durch, wir gehen schon wieder auf Silvester zu. Wie fällt die politische Landtagsbilanz der Gruppe der FDP aus? Ich denke, dass die Regierung Ramelow nicht nur Ermüdungserscheinungen hat, sondern tatsächlich aufgebraucht ist. Denn für das Land in den Punkten, die ich für wichtig halte, Bildung, Wirtschaft, Digitalisierung, bessere Ausstattung von Polizeivollzug, da passiert so gut wie gar nichts. Wir erleben jeden Tag die Katastrophe in der Bildung, auch wenn es heute Zeugnisse gab. Aber da kam die Meldung, 25 Prozent der Viertklässer können nicht lesen. Zehn Prozent der Schüler verlassen am heutigen Tag die Schule ohne Abschluss. Nahezu zehn Prozent. Das sind katastrophale Meldungen. Und die Antwort aus dem Bildungsministerium ist unzureichend. Und man streitet über die Reformen, will ja sogar noch Sozialkundeunterricht runterdimmen. Wenn junge Menschen in Anführungszeichen das Pech haben, dass man Unterricht ausfällt, verlassen die Schule ohne Vorbereitung auf auch wichtige Themen im Leben. Wie funktioniert ein politisches System? Wie funktioniert ein Vertrag? Ein Handyvertrag? Wie bewege ich mich in dem, was nach dem Schulabgang passiert? Das ist viel zu wenig. Und die Wirtschaft höre ich nur stöhnen. Wir hatten diese Woche einen parlamentarischen Abend des Handwerks. Das ist keine Fachkräftemangel mehr, sondern es ist eine Katastrophe. Aufträge werden verschoben. Natürlich geht damit die Bilanz der Unternehmen in die Brüche. Für Nachwuchs ist auch bei der Unternehmensnachfolge kaum Sorge getragen. Das sind Alarmzeichen, die ja auch dann am Ende die Umfragen widerspiegeln. Und wenn wir das nicht ernst nehmen... Ich will aber trotzdem nochmal darauf zurückkommen. Ich meine, es sind vier Abgeordnete, da hat die Gruppe der FDP theoretischerweise immer eine Mehrheit im Landtag möglich. Wenn sie sich verständigen mit der Landesregierung, könnte man ja so ketzerisch sagen, inhaltlich gesehen. Aber da geht im Augenblick wenig bis gar nichts, oder? Ja, das Problem ist, die Verständigung mit der Landesregierung geht ja auch um unsere Themen. Wir werden beantragen zum Beispiel den sogenannten Meisterbonus. Also mit den rot-rot-grünen Regierungsfraktionen. Nicht, dass ich wieder eine Mail kriege, ja, nein. Nein, nein, Sie haben auch die Regierung angesprochen. Ja, 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 aber Sie wissen, was ich meine. Aber die Differenzen zwischen der Regierungsmeinung und der Regierungsidee, Probleme für Thüringen zu lösen und dem, wie wir diese Ansätze sehen, sind halt sehr große Unterschiede. Wir diskutieren das gerne. Es gibt ja auch Anträge, die wir durchbekommen haben, wie zum Beispiel Medizinstudienplätze oder Nachtzielsichtgeräte. Aber die Regierung, gerade im Punkt Gesundheitswesen, hat zwar die Anträge durch Parlamentsmehrheit auf den Tisch bekommen, ignoriert sie aber und führt sie nicht aus. Aber zeigt denn die Ergebnisbilanz im Landtag, hat das nicht auch ein Stück weit zu Ergebnissen wie in Sonneberg geführt, dass man hier nicht wirklich weiterkommt? Ja, aber das führt dazu. Die Sonneberger Wähler und auch die Umfragebeteiligten merken aber nicht nur in Erfurt, sondern merken auch in Berlin, dass das Hauptvorderkommen Streit ist. Man muss ja über dieses Heizungsgesetz sagen, ich war immer ein sehr großer, mehr als Skeptiker, ich will jetzt sagen Gegner, ich meine, wir haben das Gesetz 2020 von der Regierung Merkel bekommen, das ist jetzt eine Novelle, die durchgeführt werden muss. Und es ist auch wichtig, dass wir das novellieren, um auf die neue Zeit zu kommen. Aber so wie das gemacht worden ist, vom ersten Tag an, also durchgestochener Entwurf mit reiner grüner Ideologie, durch Habeck und den damaligen, jetzt nicht mehr Staatssekretär gereichen. Dann das Gezerre. Am Ende hat man sich geeinigt, in meinen Augen, in überwiegender Anzahl auf vernünftige Dinge. Keine Heizung muss mehr rausgerissen werden, Eigentum bleibt geschützt. Erst müssen die Kommunen Wärmeplanungen machen, dann geht es erst weiter. Solange keine Wärmeplanung da ist, passiert nichts und man kann über Jahre weiter hinaus mit moderner Technik seiner Heizung erneuern. Ob das Gas, ob das Holzpellets ist, selbst Ölheizungen sind denkbar. Dann kam es aber noch, und das ist ja der fade Beigeschmack, warum muss man, wenn das Gesetz so gut ist, warum scheut man dann in Ruhe eine Anhörung mit den Verbänden? Warum peitscht man es dann vermeintlich binnen fünf Tagen durch? Und insofern kam die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtshofs, die eine Entscheidung zu Recht am Mittwochabend zu sagen, nee, nicht auf die Art und Weise, nicht diesen Mittwoch. Und jetzt haben wir die Sommerpause und die Zeit der parlamentarischen Beratung auch darüber zu bestimmen. Und ich sage es auch, das habe ich meinen Kollegen Berlin gesagt, zu sagen, wir machen es genauso, wie wir es diesen Mittwoch, also vor zwei Tagen beschlossen haben. Das halte ich auch für falsch. Hört auf die Spezialisten, hört auf die Fachleute. Und ich glaube, das ist, was die Bevölkerung erwartet. Nicht, dass wir Politiker was durchspeisen mit der Brechstange, sondern uns Zeit lassen für sachgerechte Entscheidungen. Was erhoffen Sie sich vom zweiten Halbjahr? Ich denke, also nicht viel mehr, weil man merkt nochmal, sie aufgebraucht hat, dieser Regierung. Wir hatten gerade eine Diskussion um sichere Herkunftsstaaten zur Frage der Straffung von Asylverfahren, und zwar von insbesondere Asylverfahren, die ausweglos sind. Darum geht es eigentlich. Es geht gar nicht zu sagen, dass ein Staat wie Algerien total sicher ist. Also selbst Deutschland ist nicht total sicher. Aber es geht darum, wie viele Menschen aus diesen Staaten kommen können und Aussicht auf einen erfolgreichen Asylantrag haben. Das sind weniger als zwei Prozent. Und wenn man dieses Konstrukt des sogenannten sicheren Herkunftsstaats wählt, dann sind die Verfahren schneller zu beenden. Und vielleicht kommt auch der eine oder andere erst gar nicht, weil er weiß, ich habe keine Aussicht auf das Erfolg. Das lehnt Rot-Rot-Grün ab, auch wenn Herr Ramelow das verklausuliert, irgendwo in dem was hineinpackt. Man merkt, auf der Bundesebene gab es einen Kompromiss dazu. Es gibt auf der Ebene der EU einen Kompromiss dazu, diese Verfahren zu straffen, weil wir merken ja überall in Frankreich, in Italien die Zersetzungskräfte für unsere Gesellschaft. Und deshalb halte ich das für wichtig. Aber in diesen auch sehr großen Fragen erzielt man keine Einigung. Und dann weiß ich nicht, wie man bei der politischen Distanz, die einfach zwischen insbesondere Linkspartei und Grünen zu den Freien Demokraten besteht, sich einigen kann. Wir werden jetzt im zweiten Halbjahr wahrscheinlich wieder viel über den Haushalt diskutieren. Ich befürchte, der wird wieder an den nächsten Rekord schlagen, aber einen traurigen Rekord. Wieder nicht die Ausgabenseite berücksichtigen. Und naja, die Diskussion wird es zeigen. Wir nehmen mir die nächste Frage aus dem Munde. Die wäre nämlich die nach der Einschätzung für die Haushaltsverhandlung gewesen, beziehungsweise die Frage gilt, glauben Sie an eine Einigung noch in diesem Jahr? Also schön wäre es ja mal gewesen, wenn diese Regierung, Ramelow, ihren eigenen Zeitplan eingehalten hätte. Dann hätten wir nämlich heute schon einen Entwurf des Haushalts. Er sollte im Kabinett noch vor der Sommerpause beschlossen werden und den Fraktionen zugeleitet werden. Auch der Gruppe. Sie sehen mich aber hier an der Stelle mit leeren Händen. Insofern weiß ich gar nicht, worüber ich diskutieren soll. Geschweige denn, über was ich mich einigen sollte. Wir wiederholen das und wir erleben ja auch die Diskussion im Bund. Die Mittel sind endlich. Und insbesondere bei der Konjunkturphase, in die wir hineinbekommen, die eher rezessiv ist als positiv. Und insofern muss auch der Freistaat sehen, dass er das Geld an der richtigen Stelle ausgibt. Und da kann ich jetzt als Blankoscheck, als Blackbox nichts zu sagen. Aus der Erfahrung der letzten Jahre bin ich mir sicher, es wird sehr schwer, eine Einigung zu erzielen. Dann gab es drei interessante Pressekonferenzen, weil die CDU hat ja ihre eigenen Forderungen zum Haushalt schon kenntlich gemacht in der vergangenen Woche. Wie sieht denn der Blick der FDP-Gruppe darauf aus? Ja, wenn ich einerseits von der CDU zum Sparen auffordere und in der nächsten Instanz knapp eine Dreiviertelmilliarde, also ich glaube 760 Millionen andere Ausgaben empfehle, dann bin ich mal gespannt, wo die Einsparvorschläge zu dem tatsächlich von mir gesehenen Haushaltsvolumen sind. Und nochmals, wir müssen uns an den Einnahmen orientieren. Die Rücklage brauchen wir für die nächsten Zeiten. Und ich bin dann auch mal gespannt auf die Haushaltsvorlage und dann die konkreten Umschichtungsvorschläge der Kollegen der Christdemokraten. Bleibt spannend. Zum kommunalen Finanzausgleich hat sich der Innenminister geäußert am Dienstag innerhalb einer Pressekonferenz. Auch hier die Frage, wie fällt Ihre Fachpolitiker, haben das ja gegenüber dem Bericht aus Erfurt schon beurteilt, aber wie fällt Ihre Meinung aus? Ja, es ist schön, dass die kommunale Familie mit den Mitteln ausgestattet wird, die sie tatsächlich brauchen, um das Leben vor Ort zu organisieren. Aber nach wie vor höre ich klagen, und das wird der Bergner genauso gesagt haben, dass ein unheimlicher Investitionsstau in den kommunalen Bereichen zu sehen ist, weil über Jahre da nachlässig gearbeitet worden ist. Also hilft nicht mal ein Schluck aus der berühmten Pulle, sondern es muss eine verstetigte Investitionsmöglichkeit für die Kommunen sein, die Infrastruktur, die Aufgaben vor Ort so finanziell ausgestattet zu wissen, dass wir dort in der Infrastruktur modern bleiben. Also es verfällt ja schon vieles, was wir in den letzten 30 Jahren neu gemacht haben. Es gibt leider immer noch Investitionsruinen, die in den letzten 30 Jahren noch nicht mal angefasst worden sind. Und wir sprachen über die Umfragesituation, das sind natürlich Mahnmale für Kritik an den Regierenden. Und das sollte uns anspornen und Motivation zu sein, genau da zu investieren, um diese Mahnungen zu beseitigen oder den immer noch, naja, schon fast lächerlichen Ausbaustruktur unseres Breitbandes und des Mobilfunks zu diskutieren. Also Sie kennen es ja selber, fahren Sie von Erfurt nach Jena, drei Unterbrechungen und der Mithörer auf der anderen Seite weiß genau, wo man denn ist. Ah, bist du wieder in Nora? Also es ist schön für jeden Kabarettisten, aber für das Leben, für das wirtschaftliche Leben und das Leben in Thüringen, also nicht mehr hinnehmbar. Letzte Frage, mal ein bisschen Absatz der Thüringer Landespolitik und auch Landtagspolitik. Was empfehlen Sie den Thüringerinnen und Thüringern für einen grusamen Sommer? Also ich glaube, wir müssen alle tatsächlich mal uns, ich empfehle trotzdem Schatten, ich bin jetzt keiner der, wir haben eine Hitzewelle, heute ist mal was wärmer, also den Alarmismus um Hitze sollte man nicht mitmachen, wie viele Alarmismen nicht. Mal in den Schatten setzen, kühles Getränk nehmen, wahlweise auch mit Alkohol, kühles Blondes oder ein schöner Cocktail und wirklich mal sich bemühen, hinter die Fakten zu schauen. Also viele Leute nehmen aus Drittquellen Informationen auf und halten sich für die absolute Wahrheit. Ich will da gar keinen kritisieren, ich will auch keinem vorschreiben, wie er sich zu informieren hat, aber es hilft unheimlich für die eigene Ruhe, sich mit derselben Ruhe und Gelassenheit zu informieren. Also einer meiner Lehrer in geraumer Vorzeit hat mal gesagt, bevor du in Panik gerät, zähle bis 10, atme dreimal durch und dann guck mal weiter. Und Sie kennen das ja aus vielen Diskussionen, kaum einer atmet durch, erst recht zählt keiner bis 10 und schon geht es zur Sache. Sie müssen nicht bis 10 zählen, bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank. Sehr gerne, schönen Sommer. Gute Ferien, tschüss. Gute Ferien, tschüss. Gute Ferien, tschüss.